Schenkung. Die Kulturstiftung freut sich über eine bedeutende Schenkung seltener historischer Vogelfutternäpfe aus Porzellan aus der Sammlung des 2011 verstorbenen Kunstsammlers Wolfgang Höner aus Berlin. Diese kleine Futternäpfchen, Trinkgefäße und Ziervasen verkörpern die Grundausstattung kunstvoll gestalteter ostasiatischer Bambuskäfige, in denen Singvögel gehalten wurden. Die Übergabe der Gefäße findet am 22. Oktober im Schloss Oranienbaum statt.